Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 5. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 666 und heute startet die neue Woche mit den folgenden Themen. Tab ESS 6, Google Fit, Google Games, CoreOS, Versteigerung und Mixer. Ich beginne gleich mit einem High-End-Tablet. Ende der letzten Woche hat Samsung etwas kleines, 10,6 Zoll grosses Tablet vorgestellt. Es hat einen Snapdragon 855 Prozessor, es hat je nach Konfiguration 6 bis 8 GB RAM, mindestens 128 oder 256 GB internen Speicher und man kann das Ganze per Micro-SD-Karte nachrüsten. Es hat ein Dual-Kamera-System auf der Rückseite, welches mit 13 und 5 Megapixel auflöst und die vordere Videotelefonie-Kamera oder die für Selfies hat 8 Megapixel. Das Display löst mit 2500 x 1600 Pixel auf und es ist ein super AMOLED-Screen. Es ist wirklich ein High-End-Tablet, zumindest wenn man es in der Android-Welt anschaut. So etwas gibt es aktuell da überhaupt noch nicht, hat Dolby Atmos-Lautsprecher und, und, und. Der Stylus klebt hinten dran und das Gerät gibt es ab 729 mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher und die grössere Version ist für 809 Schweizer Franken erhältlich ab dem 23. August. Somit auch schon fast eigentlich alles, was im Artikel drin steht. Wer noch mehr lesen will, soll sich doch reinklicken. Da steht noch zwei, drei kleine Dinge drin. Ich bin extrem gespannt auf das Teil und werde das auf jeden Fall nach Möglichkeit mal gegen mein iPad antreten lassen. Google Fit, die App hat vor kurzem ein Update bekommen auf der iOS-Plattform, wieder mal vor der Android-Plattform und das ist ja das Kuriose, aber eben, Google macht ja vor allem Apps für das iOS-Betriebssystem. Zumindest machen sie da gut, schnell und schön. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, die Fit-App hat jetzt auch die Updates bekommen auf der Android-Seite, welche schon für iOS gekommen sind, Dark Mode, die Unterstützung von Schlafdiagnose, also sprich Apps, die extern Daten anliefern und man dann schön in der Google-App besichtigen kann, etc. Wer mehr wissen möchte und das nutzt, sollte nachlesen, sofern er nicht schon das Update installiert hat und eh schon weiss, um was es geht. Auch ein Update gab es bei Play Games, bei Google Play Games. Es ist ein neues Design aufgetaucht, man kann auch da Dark und Hell, also Hell und Dark, besser gesagt. Und das Ganze ist ein bisschen besser unterteilt worden, neben den MyGames, dem Hub, Arcade, Home, Library, Hub und Profile gibt es auch eben vor allem den Bereich Library. Und jetzt habe ich zwei Punkte zu viel aufgezählt. Auf jeden Fall sind es vier an der Zahl. Das Interessanteste ist auf jeden Fall die Library, denn da drin seht ihr alle aktuell von euch installierten Titel. und da habt ihr auch gleich einen Überblick und könnt ein Spiel wieder runterladen, wenn ihr es dann wieder haben möchtet oder auch sonst einfach einen Überblick bekommen. Weiter geht es mit Windows Core OS. Das geistert ja schon seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren, durch die Timeline von verschiedenen Windows-Freunden und Windows-befreundeten Blogs. Jetzt hat der Windows-Area.de-Blog eine schöne Zusammenfassung geschrieben, was dieses Core OS ist und auch ein sechsminütiges Video dazu gemacht. Wen es interessiert, sollte sich das mal anschauen, anhören. Da ist ein bisschen was erzählt, was das Ganze ist. Ja, und wir gehen wieder zurück zu Google. Die wurden ja im letzten Jahr verklagt von der EU zu, ich glaube, das waren fünf Milliarden Euro, irgendwas in dem Stil, weil sie bei Android-Devices Google als Hauptsuchmaschine integriert haben und da andere Möglichkeiten bieten sollten. Ähnlich wie man es damals ja mit Microsoft und den Browsern gemacht hat, jetzt eben auch für Google und die Suchmaschine. Ab 2020 bietet Android, also Google, auf Android-basierten Geräten eine Möglichkeit dann bei Neuinstallationen eben diese Suchmaschine zu definieren, welche man da haben möchte. Und Google macht daraus, was Google halt immer macht, Geld nämlich und das nicht wenig. Derjenige, der er am meisten bietet, kommt weiter vorne auf die Liste. Ziemlich, ziemlich speziell. Und vor allem, wenn man bedenkt, so tolle Geschichten wie DuckDuckGo oder wie heisst das Deuter, das französische Quant, Quad, Quant, so irgendwas in dem Stil, denen wird das sicherlich nicht gefallen, weil die haben ja nicht Daten als, ja, Geld, sondern die machen ein bisschen anderes Geld und haben wahrscheinlich nicht ganz so viel davon. Ich bin mal sehr gespannt, wer da am meisten bezahlen wird. Und zu guter Letzt haben wir noch eine kleine, heute wechselt ein bisschen, Google, Microsoft, Google, Microsoft. Jetzt sind wir über Microsoft. Denn der Ninja ist ein Twitch-Streamer, der bekannteste Twitch-Streamer, wenn es zumindest um Fortnite geht. Der hat da irgendwas um die 5, was waren 15 Millionen Nutzer, die ihm gefolgt sind. Der hat jetzt per 1. August, also vor 5 Tagen, zu Mixer gewechselt. Der Streaming-Plattform, die mittlerweile ja zu Microsoft gehört. Und somit haben die sich da jetzt einen der ganz Großen geholt. Und es zeigt auch schon Wirkung. Wenn man nämlich die Charts von Android und iOS und anderen App-Charts anschaut, sieht man, die App kommt nach vorne, also die Mixer-App auf Android und eben auf dem iOS-Device. Schon über 500.000 Nutzer haben die App sich runtergeladen. Und ich denke, da ist unter anderem eben auch dieser junge Herr schuld. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Und vor allem, wen sich Mixer respektive Microsoft als nächstens krallen wird. Wir dürfen gespannt sein. Diese Kämpfe immer wieder um die Plattformen und Exklusiv-Geschichten. Tja, exklusiv wird hoffentlich diese Woche auch für euch sein. Euch einen wunderschönen Start. Und ja, wenn ihr mögt, morgen wieder, aber dann mit dem Achim. Dann ist er zurück vom Wacken-Opener. In dem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.